Ja, die Talkshow-Einladungen an die ÖDP, die Freien Wähler, an Volt, an die Klimaliste, an die Basis und wir 2020.de sind rausgegangen. Am Donnerstag 19.30 Uhr die nächste große Talkshow, hoffentlich mit einer regen Beteiligung. Hier diese Nummer 800, wir verweisen auf die Nummer 799, da ist eine ausführliche Einführung in das, was die Gesellschaft an Unwissen hat und an Irrtümern im Kopf hat und was die Politiker an Unwissen und Irrtümern im Kopf haben. Besonders an Vorteil bringenden Irrtümern, der Sozialsparten, die immer wieder alles zerstören. Also ich glaube, Deutschland, ich habe das früher schon immer gesagt, Deutschland ist, weil es den großzügigsten Sozialstaat der Erde hat, ist es auch das von den Sozialsparten am meisten gebeutelte und ausgesorgte und ausgenutzte und ausgeschlachtete Land sozusagen. Und deswegen haben sich dann auch überall in die Politik sozusagen Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten reingedrängt, die allen anderen Schaden der gesamten Gesellschaft schwersten Schaden zufügen, aber die Karrieremöglichkeiten und Verdienstmöglichkeiten von Sozialspartlern drastisch vergrößern. Die sind noch gefährlicher als die Gesundheitsspartler, die Gesundheitssparten mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, die ja auch schon die halbe Welt zerstören. Ja, also die Frage für die größten Parteien unter den kleinen Parteien ist ja jetzt sozusagen, erfolglos bleiben oder sich helfen lassen zu 56 Prozent von Next Scientists for Future? Ja, da ist ein Tippfehler drin, ja, aber ist ja egal, das Fragezeichen gehört hierhin, das können wir ja mal gerade schnell hier rüber tun. Ach, das lässt sich, lässt sich das nicht machen. Ausschneiden. So, einfügen und speichern. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte sofort schneller drehen, weil immer mindestens 1,5-fache Geschwindigkeit bei allen Sendungen generell immer schauen, auch bei anderen Sendungen. Unser Tipp sozusagen. Ja, die Freien Wähler haben wir hier nicht aufgelistet, weil die jetzt einmal irgendwo im Landtag jetzt ja geschafft haben, reinzukommen und jetzt haben die natürlich, ja, jetzt sind sie natürlich wahrscheinlich so wichtig, dass sie wahrscheinlich einer Einladung nicht mehr folgen werden, weil sie ja jetzt schon eine richtige Partei sind, ne? Ja, und ja, ich habe mir nochmal durchgelesen, die zwei Gerichtsurteile und das Schreiben dazu. Das sieht also wohl so aus, dass wir2020.de jetzt wieder die Gesamtpartei übernehmen will. Dann müsste dann auch irgendwann die Homepage wir2020.eu abgeschaltet werden. Bis dahin soll man diese sogenannte, ja, könnte man sie nennen, die Romberg-Fraktion einfach ignorieren, weil sie ja illegitim ist und laut Gerichtsurteilen und Gerichtsbeschlüssen gar nicht, eigentlich gar nicht existiert, ja, und nur so tut, als würde sie existieren, ne? Also, das bedeutet, und mit wir2020.de hatten wir jetzt ja bisher auch gute Zusammenarbeit, ja? Also bitte unbedingt die 799 hören, hören, und ich lese mal noch vor, was wir an Kurznachrichten haben, ja, Fragezeichen, sind sie unmanipuliert? Das muss man eigentlich alle Bürger, alle WählerInnen und alle PolitikerInnen fragen, denn faktisch ist es nicht möglich. Nichtbewusste Manipulation ist das Wesen unserer Gesellschaft und dass wir uns nicht bewusst darüber sind, wie weitgehend wir alle selber manipuliert sind, ist der Wesenskern unserer Gesellschaften seit fast 400.000 Jahren, ne? Das heißt also, eigentlich sind unsere Gesellschaften ein Sammelsurium, ein Durcheinander von Vorteil bringenden Irrtümern der verschiedensten Sparten der Gesellschaft. Man sagt immer, die Konzerne und ihre Lobbyisten, das sind aber nur ein, zwei, drei, vier Sparten von all denen. Die Bürokratien sind eigene Sparten, die Sozialberufler sind eigene Sparten, das Gesundheitswesen ist eine eigene Sparte und überall, jedes sendet vorteilbringende Irrtümer aus, um uns alle, die uns alle durchmanipulieren, sodass Realität in unseren Gehirnen überhaupt nicht mehr vorkommt. Wir haben überhaupt keinen Realitätsbezug und genau deswegen gibt es ja den Weltrat der Weisen, die Next Scientist for Future und mit ihnen den allerneuesten Stand, der Weltspitze der Naturwissenschaften, weil nur die ein realistisches Fundament und wieder zurückfinden konnten zur Realität. Die haben über 50 Jahre gebraucht, um wieder zur Realität zurückzufinden. Und jetzt haben wir eine Instanz in der Welt, Weltrat und Arbeitskreis Next Scientist for Future, wobei der Weltrat sich aus allen heißen Eisen raushält und sich nur ums Reformieren Deutschlands kümmert. Und die Next Scientist for Future, die verbrennen sich auch mal bei allen möglichen Themen gerne die Finger, indem sie sich auch zu emotionalen Reizthemen äußern, vorläufig äußern. Und wie gesagt, der Weltrat tut das nicht. Der Weltrat ist sozusagen die ganz nüchterne, neutrale Instanz und nur die Professoren und Wissenschaftler der Next Scientist for Future mischen sich in die öffentliche Diskussion ein. Aber dadurch haben die Next Scientist for Future auch viel mehr Resonanz als der Weltrat bis jetzt, weil sozusagen, wenn man ein bisschen mehr sich traut, kriegt man natürlich auch mehr Aufmerksamkeit. Und das ist der Nachteil jetzt vom Weltrat an sich, weil dass der natürlich sich eher sehr zurückhält. Ja, aber vielleicht erweist sich diese Vorsicht auch als sehr wertvoll, weil dann der Weltrat auch sozusagen auch nichts riskiert hat und damit auch nicht beschädigt werden kann. Ja, und dann die Schwarmintelligenz der Laien und Amateure. Darauf setzt ja die Basis so stark. Die Schwarmintelligenz der Laien und Amateure sollte man nutzen. Richtig. Aber wenn man nicht auch die Intelligenz der ausgebildeten Experten nutzt, ja, was ist das dann? Ist es dann noch Schwarmintelligenz oder ist es eher Schwarmdummheit? Ja, also die Schwarmintelligenz wird zur Schwarmdummheit, wenn zwar die Laien und Amateure genutzt werden und deren Intelligenz, aber nicht die Intelligenz der ausgebildeten Experten, wenn die einfach so weggeworfen wird, nur weil es eben nicht nur bei den Laien und Amateuren Vorteilbringende Irrtümer und Manipuliertsein sozusagen in den Köpfen gibt, sondern das gibt es selbstverständlich auch bei vielen ausgebildeten Experten, weswegen ja der Weltrat versucht, eine von Manipulationen und Vorteilbringenden Irrtümern möglichst freie Instanz der Welt zu sein, die vor allem auf dieses Problem naturwissenschaftlich fundiert hinweist. Ja, wenn Sie einen Missstand erkennen, wie kommen Sie, liebe Zuhörerin, wie kommen Sie auf die Idee, dass der Rest nicht auch ein einziger Missstand ist? Ja, die Leute regen sich auf über das Klima, dass wir zu wenig Klimaschutz machen. Wie kommen aber diese Politiker darauf, dass nicht das ganze restliche System auch einen Irrweg geht? Das ist immer so das Frustrierende, ja? Zum Beispiel, manche Leute denken, dass die Corona-Politik ein einziger Irrweg sei. Ja, aber warum tun sich diese gleichen Leute so schwer zu erkennen, dass es vielleicht daran liegt, dass unser ganzes System ein Irrweg ist? Ja, quasi immer so diese Tendenz, ja, nur beim Klima ist es nicht in Ordnung. Alles andere ist in Ordnung. Nur bei dem und dem ist es nicht in Ordnung. Aber alles andere ist in Ordnung. Stimmt nicht. Es ist alles nicht in Ordnung. Und das haben die deswegen, deswegen haben ja auch in den simulierten Bundestagswahlen die Next Scientist for Future 56% gekriegt, weil eben, weil eben sozusagen die WählerInnen längst erkennen, dass irgendwie vieles nicht stimmt oder eben alles nicht stimmt. Ja? Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht so, dass vieles nicht stimmt. Es ist wirklich so, dass alles in unserem System nicht stimmt, weil der Grundbaufehler unseres Systems ist nun mal, hier, der Grundbaufehler unseres Systems ist nun mal, dass Gesellschaft und Gesellschaften grundsätzlich nie und niemals und nicht funktionieren können, ohne starke positive Anreize, die man ganz bewusst und gezielt setzt, um schlechtes Tun sozusagen die Beute wegzunehmen und dadurch zu verhindern. In allen gesellschaftlichen Sparten tun Schlechtes, glauben an ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer, manipulieren uns alle, schaden uns gewaltig. Es geht also quasi um die Naturwissenschaft von der Manipulation und dem Parasitismus. Und nur mit starken Belohnungen für Gutes tun, können wir diesen Horroraspekt unserer Gesellschaften endlich beenden und ein viel glücklicheres, gesünderes, längeres, reicheres Leben führen. Ja, das ist, damit ist alles gesagt, nextscientistsforfuture.de Dann nochmal ganz kurz hier, achso, die Partei Neo hat wieder was veröffentlicht, achso, da haben Kommentare, mal gucken wir doch mal rein. Hier, da hat jemand im Internet geschrieben, auf die neuen Veröffentlichungen der Economy for Mankind, jetzt als Experte für die Partei die Neo, wobei jetzt natürlich der Vorstandsvorsitzende eben der Economy for Mankind Entwickler ist, in dem Falle. Ja, und dann dieser Kommentar, den ich im Internet gefunden habe, der Text, der fand ich ganz interessant, ich lese mal vor. Also, ein bisschen in die Mitte rücken noch. Zu Economy for Mankind, Partei Neo. So, es soll ja niemand sagen, dass wir die inhaltliche Auseinandersetzung scheuen würden. Ja, die Umsatzprovisionen, das ist ein Konzept von Economy for Mankind, also quasi die als größte oder wichtigste einzige neue Steuer sozusagen, so eine Art Umsatzsteuer, die Umsatzprovisionen müssen, um alles zu finanzieren, so hoch sein, dass alle Klugen das Land verlassen. Reichtum beginnt nicht bei 30 Millionen Euro, da muss ich dazu sagen, da will ja Economy for Mankind enteignen, alles über 30 Millionen Euro Vermögen, ja, sondern Reichtum beginnt ja erst bei 30 Milliarden. Enteignung ab einem Tausendstel von Reichtum bedeutet Raustreiben aller Fähigen aus dem Land, übrig bleibt ein kaputtes Land der Unfähigen. Das Überleben jedes Landes hängt von der Zahl der Klugen und Leistungsfähigen im Lande ab. Ich glaube, das ist auch einer der größten Irrtümer, dass die Leute nicht erkennen, dass wir alle leben von den Klugen und Leistungsfähigen im Lande, denn viele Bürger sind ja nur eine Last für das Land und kosten nur, ja, und es sind ja nur ganz wenige, die wirklich mittragen und die Klugen und Leistungsfähigen tragen eben am meisten mit und zahlen die meisten Steuern und tragen das Ganze am meisten mit. Und, ja, also noch einmal, das Überleben des Landes hängt von der Zahl der Klugen und Leistungsfähigen im Lande ab. Schluckwasser. Das ganze Konzept, also von Ökonomie von Mankind, fußt auf dem vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten, dass alle Neugeborenen gleichermaßen alle potenzielle Genies seien. Es wird die bewiesene Tatsache weggeleugnet, dass es durch genetische Unterschiede Fähige und Unfähige gibt. Zwei und, ne? Nach dieser Leugnung sieht man dann kein Problem mehr in der Abwanderung aller Fähigen aus Deutschland infolge einer Neopolitik. Ich muss ergänzen, ja, weil man ja denkt, dass die nachwachsenden Kinder ja alle Genies werden, wenn man dann ja gute Bildungspolitik macht, ja, und dadurch sieht man kein Problem damit, dass die bisherigen Reichen und Fähigen einfach mal eben abwandern, ne? Dann Bürgerparlamente, auch ein Vorschlag von Neo, Partei Neo, kosten den Bürgern zu viel Zeit. Dazu sind sie nicht bereit. Wird deshalb keine repräsentative Stichprobe erreichbar, wäre das Bürgerparlament verfassungswidrig, weil ja quasi eine faktische Nicht-Existenz des Wahlrechtes für die Leute ist, die keinen Monat Zeit sich nehmen wollen, sozusagen. Und dann wäre das Ganze verfassungswidrig, ne? Ja, und hier nochmal kann man dann auch nochmal nachlesen, hier. Äh, äh, sozusagen hier zu dem Thema, was wird aus wir2020.de, die jetzt hoffentlich wieder das Ruder übernehmen und so weiter, ja? Ja, also dann, äh, gehe ich mal wieder hier hin, oder erst hier hin. Äh, ja, noch einmal im Schnelldurchgang, also Weltrad. Also, die Leute, was die Leute nicht verstehen, die größten Irrtümer unserer Gesellschaft, die durch die vielen vorteilbringenden Irrtümer, wurde ja der gesunde Menschenverstand völlig zerstört. Viele denken wirklich, unsere Gesellschaft sei eine kooperative Gesellschaft, wo es um Wahrheiten ging, in Wirklichkeit ist, haben wir einen gewaltigsten antikooperativen Anteil, wo Leute mit kriminellen Lügen oder mit vorteilbringenden Irrtümern uns allen riesigsten Schaden zufügen und ihre, die eigenen Profite und Karriereaussichten vergrößern, auf unser aller Kosten. Und jede Sparte schadet uns allen und auch allen anderen Sparten. Und diese anderen Sparten schaden wieder, auch wieder uns allen und wiederum allen anderen Sparten. Dieses Gegenseitige, dass wir uns gegenseitig kaputt schaden und wir sind ja nur deswegen immer noch in der Weltspitze als Deutschland, weil die anderen Staaten das sich genauso selbst schaden, kaputt machen und so weiter. Und wenn aber, wenn ein Staat erstmal aufhören würde, damit sich gegenseitig kaputt zu machen, dann würde natürlich sofort offensichtlich werden, wie völlig ineffizient ein Staat ist, bei dem die Hälfte daraus, oder die 80 Prozent daraus bestehen, sich gegenseitig kaputt zu schaden. Ja, und das ist ja das mit den vorteilbringenden Irrtümern, dass also seit Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung sich Irrtümer als vorteilbringend und Nachkommenschaft fördernd sozusagen erwiesen haben und sich deswegen wahnsinnig ausgebreitet haben und alle Menschen wahnsinnig gemacht haben. Positive Anreize, zum Beispiel Verdienstzuschüsse, kann man errechnen anhand solcher Messgrößen oder Steuerungselemente wie Wohlfühlstimme, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve, tatsächlicher Gesundheitsaufwand und, 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 können Sie ja weiterlesen. Das sind mögliche Messgrößen, anhand dessen man die Verdienstzuschüsse zum Beispiel verankern kann und die Karrieremöglichkeiten. Hier ist nochmal der größte Irrtum der Sozialspadler, der vorteilbringende Irrtum aufgezeigt. Nein, es gibt nicht nur 2,30 Meter große Menschen und 1,30 Meter große Erwachsene, sondern es gibt auch welche mit großen Gehirnen, die super klug sind und welche mit sehr kleinen Gehirnen sind, die super wenig klug sind. Nein, also die gesamte Evolution ist bewiesenermaßen ein Erzeuger von, aktiver Erzeuger von Ungleichheit, von Ungleichheit, von Ungleichheit. Ja, eventuell ist es so, dass wir früher sehr glücklich leben durften vor den vorteilbringenden Irrtümern, die uns dann unsere glückliche Kommunenlebensweise, unsere eventuelle Ur- oder vollmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker-kommunistische Urlebensweise unterdrückt haben durch die vorteilbringenden Irrtümer, weil mit glücklichen, sexuell befriedigten Kommunenmitgliedern einfach nicht genügend Kaufsucht, Konsumsucht, Shoppingsucht, Alkoholsucht, Zigarettensucht, Süßigkeitensucht und Medikamentensucht erzeugbar ist. Und deswegen haben die vorteilbringenden Irrtümer also quasi unsere natürliche Sozialform unterdrückt und haben die Minifamilie zurückgelassen mit all der relativen Einsamkeit, die in diesen Minifamilien herrscht. Ja, und dann einer der größten Irrtümer ist, dass man irgendwie in Feindschaft gehen solle zu den Milliardärskönigen, zu den Politikkönigen, zu den Journalistenkönigen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir alle haben diesen Fehler gemacht. Wir haben alle den Fehler gemacht, nicht genügend positive Anreize zu setzen. Und diesen Fehler müssen wir korrigieren und das liebevoll und kooperativ mit allen. Ja, auch die NGOs versagen, weil es eben oft nur auch nur die NGOs auch nur aus vorteilbringenden Irrtümern bestehen, die die Geldbeutel der Geschäftsführer der NGOs als Spendensammler und Spenden-Erbettler und durch moralischen Druck Spenden erbetteln und so weiter. Und wahrscheinlich gab es hinter Fridays for Future niemals ernsthafte Absichten, sondern nur ein Geschäftsmodell für Geschäftsführer und Spenden sammeln konnten. Ja, aber mal gucken. Also noch ist ja unser Angebot an diese Klimabewegung nicht endgültig vom Tisch. Mal gucken, was die Klimaliste sagt. So, dann gucken wir uns das an. Und diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer haben auch dazu geführt, dass die Menschen alle keine solide Ausbildung in Naturwissenschaften haben. Die letzten 13,8 Milliarden Jahre unseres Universums und der Evolution des Lebendigen und so weiter alle es gar nicht verstehen. Ja, also das also überall, ja, das Universum bewegt sich sozusagen mehr so in Art von Explosionen, die dann eben Bewegung erzeugen. Das fliegt dann halt einfach und Leben ist dann einfach, da sind die Explosionen in den Muskelzellen drin quasi und dadurch bewegt sich dann Materie eben automobil über die Erde. Und das ist Leben und mehr ist Leben nie gewesen. Alles andere ist, sind vorteilbringende Irrtümer, irgendwelcher, ja, weltfremden Träumer, die damit gutes Geld verdienen, wenn sie den gesunden Menschenverstand der Menschen weiterhin verwirren. Ja, und die letzten 13,8 Millionen Jahre der Menschheitsevolution sozusagen, ja, hier hatten wir sozusagen hier vor 400.000 Jahren fing uns die Erfindung von ungelenktem Tauschhandel ohne positive Anreize fing an, unser Leben zu zerstören. Und wir haben seitdem hier, dann die Kurve kippte langsam ab und seitdem haben wir 150 Milliliter Klugheit verloren, also Gehirnsubstanz verloren. Und wir werden degenerieren, wenn wir so weitermachen und alle primitiv am Ende am Rollator dahinschleichend gebückt sozusagen und werden wieder keinen aufrechten Ergang mehr gehen können, weil wir alle nur noch chronisch krank sind und zerstört, ja. Hier nochmal die Intelligenzzuordnung der Links- und Rechtsextremisten sozusagen und hier sind die Next Scientists for Future, das glückste Element der Welt sozusagen. Ja, und dann nochmal ganz wichtig, dass man unser Vorschlag, dass wir alle Parteien in Zukunft denken sollten, nicht mehr in Parteiprogrammen, die wieder total einseitig sind, sondern lieber den Wählerinnen einen Volksentscheid-Wahlprogramm, einen ersten Volksentscheid nach der Wahl anbringen, wo aus allen sozusagen sich wesentlich unterscheidenden Reformkonzepten für die einzelnen Gesellschaftsbereiche sich die Wählerinnen ihren Lieblingsvorschlag herauskonsensieren können. Ja, das war's, glaube ich, mehr haben wir hier gar nicht. Das ist jetzt nicht so wichtig, also das ist nochmal sehr wichtig. Ja, das war's doch wohl mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau. Heute die Nummer 800. Tschüssi, bis bald.